Ich freue mich dieses Jahr darauf, einerseits wieder viele Bekannte zu treffen, auf der anderen Seite aber auch Neuentwicklungen in unserem Unternehmen, das Immobilien AG, vorzustellen. In Rumänien mit dem Orchidea Tower, in Berlin mit dem KPMG Gebäude. Und das in Summe, glaube ich, macht mich stolz und es ist eine schöne Veranstaltung. Es ist der größte Verhandlung der Welt, so wie ich es weiß. Also, für jemanden aus den USA zu kommen und zu sehen, was all die Stadt und die Nationen und die größte Verhandlungen in Europa zeigen, was best für sie ist. Das ist etwas, was wir wirklich brauchen lernen. In den USA, wir oft denken, in unseren eigenen Bordern, die Welt ist viel größer als das. Halle liegt. Ich freue mich auf die Seite, die Welt zu sehen, Ich freue mich mich noch, das ist ein großes Gefühl. Ich freue mich, aber ich freue mich nicht. Ich freue mich, dass viele uns alle Leute,